oi da was geht ab leute tmobilt hier heute mit einem weiteren teil der ultimate gut review serie heute haben wir jibi kollega und er zeigt uns den monolithen servus leute wie gesagt wir werden hier haben wir jetzt zum beispiel monolith deckcase und zwar passen da 120 karten rein in der hülle und hier haben wir die farbe rovin zum beispiel also wie das pokémon spiel und sicherer verschluss und leichtes öffnen steht da dank symmetrischer struktur abnehmbares würfe und zuwürfe das zeigt mir später weil ich habe es ja farben getestet da ein stabiles material mit angenehmen soft halt schwindel und zwar haben wir noch mehrere farben da haben wir black turquise light green pink frosted ist wirklich alles dabei eigentlich je nachdem welche liebeste farbe ich habe es ein paar wochen getestet turquise ist halt meine lieblingsfarbe wie ihr seht ihr auf die spielmatte hier ist main drag und extra side kann man alles schon hier rein stellen vorteil von der deckbox ist halt wirklich die stabilität jemand der unbedingt sein deck beschützen will sogar von wasser egal was das ist wirklich sicher dann haben wir hier noch diese würfel und zubehörber passt hier auch alles rein würfel sind auch wie typisch so genau spaß und fazit ist ganz ehrlich auch wenn wir gesponsert werden kann man locker 8 von 10 stern geben ganz ehrlich stabil 8 es gibt sicherlich wird es von euch welche geben die werden sogar 9 oder 10 sterne geben wirklich 100 prozent sicherheit wollen vor wasser oder wenn die tasche geknickt und alles mögliche damit ihr alle wörter findet damit ihr alle wörter von unserem gewinnspiel findet genau das zum gewinnspiel findet ihr natürlich unten in der beschreibung und alle anderen videos und noch mehr infos zu ultimate guard ansonsten wie immer leiten subscribe kommentieren checkt unsere anderen videos ab und leider nicht so viel ich freue mich Vielen Dank.